ARD Text im Auftrag von Funk Können die eigentlich, wenn die da unten sind, die müssen ja runter, dann können die wieder hoch Einer ist abgeschnitten! Ja, die können wieder hoch, da ist nichts Lado ist abgeschnitten Ding, ding, ding Geh doch da jetzt hoch, komm mir da jetzt hoch Lado ist abgeschnitten, du bist da Lado Na, ne, schon Oh, ihr ist Tank Early boys spawnen sich, spawnen als Tank hier Early, ne? Nicht Feuer fangen Ja, wer wird mich da aufgeschnarrt, eh, ja? Wo bist du? Die werden wir wahrscheinlich versuchen, an dir vorbei abzuhören Da, kommt da Runten Early, runter einfach und dann, da ist gleich eh eine Sackgasse Nein, 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 nein Genau, schön die Überlebenden da hinziehen Fuck Wieso? Spring doch Ich hab jemanden? Ja, okay, danke, dass du ihn nicht verholt hast Hier Ich glaub, Raul, die hat ja Ja, ja, ich nehme Bleh kaputze! Leute, es sind noch zwei Ich hab noch 1300 HP, mit einer down Wenn du einen noch hinkriegst Ja Okay, jetzt hinter dir, haut den weg Kapuze, 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 geht auch kapuze Alle auf den jetzt Sofort spawnen, McFly Ja, aber McFly ist jetzt sofort dran Ja, okay Jetzt ist es Ja Komm, er Ah, nein! Halt auf! Mit rein, mit rein! Ja, perfekt! Nee Doch, ja, das war's Ja, doch Ja, aber da müssen wir erst mal vorbeikommen jetzt Ja Das ist schwer Wir laufen einfach durch Wir müssen schauen Ja, aber da kommt gleich ein Event Ist das Problem Wo eine Brücke hochfährt Das heißt, selbst wenn wir da reinrennen Und wenn der Tank dann immer noch lebt, ja Genau Dann sollte der Tank schon tot sein zu dem Zeitpunkt Wir müssen aber versuchen, den Leichenweg zu nehmen Weil der andere ist noch beschissener Dann nehme ich eine Maschinenpistole Wir haben auf jeden Fall die Schottgang Aber das ist keine Autoshop dann, leider Ach, hier oben, ey! Das glaubt mir noch politisch um die ganze Zeit Lass den Linken, äh, den anderen, nicht den Schacht nehmen Okay, komm, Mann Der ist nicht so lange wieder anders Ich nehme eine Pfanne Ich kann, tsch, ob die ready sind Ich muss die Sommer nachher Ich habe eine Pfanne Du scheiß Zombie Ready, ready Bleibt ihr hier? Ja, direkt durchraschen Drei, zwei, eins, los! Oh, die Ball warst du den falschen Weg, was du machst? Quot, quot, quot! Jockey, hinter mir, hinter mir! Hunter! Da ist ein Jockey bei dir, hinter dir Komm hier rein! Das Problem ist, wir müssen halt schauen, ob wir irgendwie ein Ding ins kriegen Ein Molli oder so Ja Ich denke, ich bin immer in Minecraft, ich versuche die ganze Zeit zu sprinten hier Sind alle da? Ja Okay, der Tank wurde jetzt schon aktiviert Jockey, Jockey, Jockey hat mich! Jockey hat mich! Jockey hat mich! Spit, Vorsicht! Ey, wollen wir die Treppe wieder zurück? Schau, schau, schau! Hier sind die T2-Waffen, Leute! Ihr nehmt euch die T2-Waffen! Ja, deswegen! Die sind immer hier! Die sind immer hier! Die Autoshotgun! Ich bin tot! Hilfe! Alle Autoshotgun und dann raufrotzen auf den Tank! Ich bin tot! Naja, tot noch nicht, du liegst erst mal nur! Okay, hier kommt! Okay! Laufen! Einfach laufen! Der ist langsamer als ihr! Laufen, laufen, laufen! Nicht im Wasser, oder? Nobius, helfen wir gleich dann hoch! Weiter laufen, weiter laufen! Wo krieg ich ein Damage? Achso! Okay! Vorsicht! Ein bisschen aufpassen! Nicht, dass McFly gleich irgendwie gecashed wird! Das stimmt auch! Genau! Hier hinter mir ist ein Hunter! Bei mir ist auch irgendwas! Hier! McFly braucht gleich Hilfe! Hier neben dir! Kannst du schießen? Hey, komm! Vorweg! Stopp! Weiter! Wird da! Krass! Krass! Ne, warte! Ich muss erst hin! Okay! Ich bin tot! Wer haben wir? Da ist ein Spitter! Da ist ein Spitter! Da ist ein Spitter! Oh Gott! Ich hoffe ich schaff's rechtzeitig! Ja! Schön! Hebst du Maxi auf? Ich heil mich? Da ist aber ein Spitter! Genau über dir! Kannst du ihn abknallen? Ich heb dich noch auf! Ich muss! Perfekt! Weiter! Einer kann sich heilen! Hier liegt nämlich noch ein Medi! Ich heil mich schnell! Oh, das ist so gefährlich da! Ja, aber es ist das hier! Wenn wir das Medi liegen lassen, das wird dämlich! Komm! Ihr schafft das noch! Ihr schafft das! Okay! Ich komm hinter euch her! Ich hab grad verstanden! Lobby! Scheiße! Du wirst mir fehlen! Von wem! Halt hinter mir Leute! Leute! Kommst du nicht mehr? Halt! Da ist ein Jockey! Wo bist du? Ach Statt! Da kommen wir ja wieder hoch! Der hier seid ja abgehauen! Ein Jockey! Pass auf! Der ist noch ein Splitter! Pass auf! Der ist noch ein Splitter! Pass auf! Hinter dir ist ein Charger! Oh Gott! Richtig Schwein gehabt! Schnell! Schnell! Der Jockey! Aber das war jetzt ja echt unnötig eigentlich! Ja! Ich sag's heil dich! Da sattest du nur hinter dir ein Jockey und dann plötzlich warst du von der Zunge ganz weit hinten! Da sagten wir auch nur, ui! Ne, ich war ja vorher schon von der Zunge! Das habe ich zuerst gesagt! Und dann habe ich gesagt, Vorsicht, da wartet ein Jockey! Hinter mir! Mach's ja wieder! Der umgeht klar! Wir müssen das Ding ganz aktivieren! Macht das jemand schnell? Ich glaube, mein Spiel ist gerade abgeschmiert! Noch nicht! Da ist der Smoker! Da oben ist der Charger, Leute! Vorsicht, Spit! Oh Gott! Jetzt kommen die zum... Oben bleiben! Hilfe! Vorsicht! Early wird gezogen, Leute! Oder Backfly! Oder Backfly! Oh! Early! Hier oben liegt Backfly! Lass mich! Oh, Early liegt da auch! Dann Molly! Cool! Ich habe die Augen offen gehalten! Boah! Oh Gott! Kriegen wir Early noch oder rennen wir weg? Lauf! Lauf! Okay, dann komm hier lang! Ja, ja, laufen und laufen! Bis ihr mich habt! Oh, Charger von hinten! Und Jockey! Lauf! Oh, naja! Ich habe weiter geschafft! Ja, gut! Aber wir waren auch nicht überrascht vom Tank! Ne! 360 Punkte noch, haben wir noch was zu tun! In den nächsten Mal hin! Wir sind, glaube ich, noch zwei oder drei! Es gibt auf jeden Fall noch dieses Level mit der Kirche, wo dieser Psycho drin ist! Nö! Stimmt ja! Das ist lustig! Aber echt kurze Parts hier! Wird Allan aurait m 的? Ah ja! Ah ja! So Leute, ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen! Ich war ganz kurz unterwegs, sehe ich gerade! Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder! Schaut da wieder vorbei! Bis dahin haut range! Tschülü! Tschüss! Tschüß!